Es gibt eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen eine Schwingung erzeugen, die zu Halluzinationen führen kann. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen. Ein Tumor. Er könnte zur Wahrnehmungsstörung führen, indem er auf gewisse Teile ihres Gehirns Druck aussieht. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Das ist eine neue Theorie, wonach gewisse Frequenzen zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.